Guten Tag und willkommen bei Steindesign. In den nächsten vier Minuten sehen Sie, wie eine Kieselbeschichtung von Profis aufgetragen wird. Hierzu wurde die Sparkasse für zwei Tage geschlossen. Zuerst werden die flexiblen Sockelleisten an die Wand geklebt und mit einem Abschlussprofil versehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In die Maschine kommt nun der lösemittelfreie PU-Kleber und schwarzer Marmorkiesel. Auf Wunsch der Sparkasse haben wir 5% Grauen Marmorkiesel dazugegeben, damit der Boden lebendiger wird. Nachdem alles gut verrührt ist, wird die Masse auf dem vorher grundierten Boden verteilt und geglättet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine Mischung nach der anderen wird nass in nass aneinander gearbeitet und somit entsteht Stück für Stück ein fugenloser Marmerboden. Hier sehen Sie, wie die Übergänge zum Anschluss des Teppichbodens gearbeitet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.